Unter Polymedikation versteht man die Tatsache, dass ein Patient oder eine Patientin mindestens fünf, meist wesentlich mehr, unterschiedliche Präparate über den Tag verteilt einnehmen muss. Wenn man so viele Präparate einnimmt, kommt es zu Wechselwirkungen und einige Medikamente heben ihre Wirkung gegenseitig auf, andere verstärken sich erheblich und machen in aller Regel exponentiell viele Nebenwirkungen. Wir gehen das an, wir schauen uns die komplette Liste der Medikamente an und überlegen uns, welche Medikamente entbehrlich sind, welche man reduzieren kann, welche man vielleicht braucht, aber besser durch ein anderes Präparat ersetzt.